Jaaa, willkommen zu einer weiteren Runde Worms, was haben wir denn, Revolution mit dem Balvorik. Servus und hallo. Und dem Joker. Hallo Freunde der Leichtnudalto. Runde 3, auf geht's für die Quillies. So. Jetzt gehen wir das mal taktisch an. Das ist davor, dass wir ein bisschen herumprobieren und reinkommen und oh Gott. Boink. Jetzt kann ich endlich den Dragon Ball usen. Da muss man aber nahe rangehen. Ne, so klappt's nicht. Da muss man nahe rangehen, oder? Da probier, probier. Ja, probier aus. Aua. So macht man sich auch keinen Schaden selber, okay? Wieder was gelernt. Von Quillie. Wobei nicht weiß, ob man aufladen muss, oder nicht? Die haben einfach gedrückt kalten. Vernichtest du die ganze Map damit. Super Genki-Dama von Dragon Ball. So Sailor Moon mäßig. Das ist für lächerliche Hintergrundmusik. Voll auf die 3D-Brille. Das war mein Wurm. Was soll das? Erst du mein und jetzt ich dein. So gefällt mir das. Ich dachte, das ist ein abgekatertes Spiel und ich gewinne die Runde einfach. Und ich bin ja auch geil in die Runde. Hello. Do something. Hello, Mr. Quillie. Oh-oh. Oh-oh. Cool wäre, wenn die Nidia-Robe um mich rumschlingen, dass ich mich noch ins Wasser ziehe. Ach, besser wäre, wenn er die Mür weh getroffen hätte. Meinst du, so ein Mortal Kombat-Dings? Ranziehen und dann finischen. Wie der wird erkreisen. Skorpion oder so. Irgend so was. Füttel Schirm. Flawless Victory. Fuck. Fuck Victory. Was ist Telekinese? Nochmal? Ich hab's vergessen. Beam dich nach China. Achso, nee, du kannst diese Dinger, wie zum Beispiel die Muschel und sowas, die in der Nähe sind, aber kannst du nur verwenden. Ah, okay, das bringt mir so nix. Das Handy, Muschel, den Fisch. Nee, bringt dir nix. Dann nehmen wir... Okay, Moment, den Beraten, weil da kann man uns schon einen gratis stehlen oder was sagen. Ja, oder mach irgend so was, was schönen Flammenwumms macht auf Lötzi. Hab ich das jetzt laut gesagt? Ist das Dynamit zu groß, gell? Fuck. Nix doch, das Dynamit. Ah, Blödsinn. Ich glaube, ich verstehe jetzt, wie der Pirat funktioniert. Es öffnet mir dein Inventar und ich kann eine Waffe ausfüllen, was ich klau. What? Echt? Und, hast du das gemacht? Nein, eben, weil ich es nicht kapiert habe. Ich hab gedacht, ich will gerade meine eigene Waffe aus. Ah, okay. Da kannst du... Achso, geil. Du kannst den Esel zum Beispiel klauen. Wenn sich irgendwer schon freut. Das probier ich jetzt dann noch einmal. Aber ich glaube, ich glaube, dass es so funktioniert. So fährt mir das Überleben. Die zwei Minen übereinander, doch, gell? Also wenn es stimmt, dann wird Dynamit geklaut. Boah, Lützen. Und die Chance gleich an. Buu, auf ihn mit Gebrühe. Es ist Dynamit weg, oder was? Staudbt mir mein Dynamit. Dafür gibt es einen Böhmchen. Böhmchen. so ein wunderschönes Stümschen. Ach muss gar nicht, dass die Mine ne Bombe ist. Äh, Schnauze. Und Blindgänger. Boah. Schau, wie weit ich schon wieder hinten bin. Was soll denn das da? Wir wollten doch das nie gewinnen. Wir wollten das. Den Quilio hat das irgendwie überlebt. Aber Millie steht auch gut. So, was sind wir denn da oben? Oben sind keine Mine, das ist eigentlich auch ziemlich ziemlich, ziemlich, ziemlich doof. Ja, genau. Das Wort, was ich gesucht habe. So. Welchen Wurm haben wir denn? Jetzt ist schon ein guter Moment, um den Fallschirm auszuprobieren. Oder einfach nach rechts zu springen. Nein, falscher Wind. Die Krabbe, die hat gerade Hallo zu dir gesagt. Die Tanzkarte schon. Die Krabbe hat dich gerade angemacht. Oder du machst eine Lenkrakete, Simon. Mit der kannst du das Ziel bestimmen. Nein. Ja, das könnte die Krabbe abstimmen. Die Krabbe hat es auf jeden Fall abstimmen. Die Krabbe hat geklatscht. Nummer zwei, würde ich schon. Wer hat auch mal über einen Skill gelacht? Das war wieder mal nicht gut, aber. Das war so schön, sie ist so schön kommen. Die Idee war nicht schlecht. Trafik dich. Mal schauen wir mal. Diese Seifenblase. Oh, das ist ja ein. Oh, ey. Achso, nein, das war der Gelbe. Der Gelbe ist ziemlich stark in dieser Runde. Ja. Ich glaube, man muss sich schon wieder verwenden. Er ist doch der Quillie wegjagen. So. Hallo, Herr Stange. Wie geht's Ihnen? Geil. Öfter hier. Ich hab gar mit Dynamit gespielt. Wie gefällt dir das Urlaubsparadies? Schön feurig? Ja, der Sand ist gut. Oah! Nooo! Und da bleibt er hängen, oder was? Was ist denn das für Beschiss? Coke, Billies. Sich wieder mit seinen Käsemauken in die Festgeklammert. Alf Mauken, wenn bitte. Dann hätten wir gern dieses diese Unnüssen-Dürmer da rechts weg. Wie wollen wir das bitte zusammentun? Ja, das kommt dann. Ich merke da Feindseligkeiten. Zwist. Und noch ein Stück. Ich muss sie da jetzt ziehen. Nooo! Hm, schön warm. Minutzi und Popsi machen sich's mal gemütlich. Am Lagerfeuer. Brokeback Mountain. Während die Krabbe und die Möbel gerade einen Twist haben da unten. Let's do the twist. Ich komm schon wieder auf die Mini. Ich wollte eigentlich die Mini noch vortreffen, aber... Bleib da unten. Was hat er dir getan? Tut mir leid. Sagt er nur so. No, I must believe. Das ist der lächerliche Ton von allen. Kille, Kille! Nee. Der nächste Wurm. Kille. Kille. Bis wir uns da... Kille. Kille. ... vorgeben. Los, Quilly, vergraben wir uns. Ja, am besten. Auf dem Fass. Ins Wasser. Was wird denn das? Sehr gut, Quilly. Sehr gut. Tats die Bunkerbombe einfach raus. Kille. 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 Also die andere Wurm. Der Bumbe, ja stimmt. Kille. 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 So offen noch ist. Bums. Auah. Kille. Das ist kalt. Kille. Kille. Mw. Klar, dass er drankommt, Wste. Im Wasser springt man gar nicht höher. Leider nicht. Aber wir kann das fassen, dass ist die Frage. Aufsaugen. Das reicht doch dann auch nicht aus. Shit, 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 shit! Oh, die Hälfte hast du weg! Oh, das ist ja mal geil! Den Rest muss ich ja austrinken! Und drauf gehen! Oh, Max! Wie ist das? Bloatjob? Na, Bloatjob! Oder mach nen Fernangriff! Bitte nicht ins Wasser! Ja, oder auch nicht! Ich muss mal ein Stück zurückgehen! So genau jetzt! Hallo! Wenn ich jetzt hochgehe, könntest du auch noch was davon haben! Vom Spaß! Ah, du kommst eh nochmal dran! Deswegen grabt er sich ein! Dieser Feigling! Der ist mein letzter Wurm! Last Wurm! Der Runde geht um alles! Oh, da brennt der Busch! Der Last-Action-Wurm! Boah! Get into the Chopper! Come with me if you want to leave! Come with me if you want to leave! Okay! Na, wem haben wir nachgemacht! Schreibt's in die Kommentare! Na, wem soll ich jetzt zunächst weglöten! Schreibt's in die Kommentare! Auf der 1! Auf der 1! Ich selber! Nein! Nicht so! Der Vollschirm, gell! Der hat's in sich! Jetzt hab ich extra gewartet und dachte, der spannt sie nicht auf! Der spannt sie nicht auf! So! Jetzt kannst du mich wegbrutzeln! Na, na, wir müssen bei uns jetzt einen kleinen Schacht bauen! Und das von den Weltuntergang schützen! Geht immer noch ziemlich leicht mit einer kleinen Bunkerbombe! Als nächstes kommt der Maulwurf zum Einsatz! Oh, Wasser rein! It's my turn! It's me! Der Fisch schaut so was von bescheuert aus! Ah, ich komm nicht hoch! Weiß gleich was der Fisch macht, ob der explodiert oder ob der einfach nur rollen kann? Können wir gleich sehen! In der Story-Mission rollt der einfach alles nieder! Gibt's da Story oder was? Also so ein Spiel gegen den NPC! Gegen so Teams und dann... Ja, Story eigentlich! Ja, also da kann man leider sagen, ja, Story! Das wäre ja gewesen! Oder Joko, was sagst du? Ja! Ich sag gleich mal Glück, Glück! Tschüss, Stangenfett! Guten Abend! Boah, perfekt! Aber ich glaube trotzdem! Näää! Es lebt noch! So, jetzt! Go Maulwurf! Töte Benutzi! Wobei, der stirbt vermutlich ohnehin! Und dann kommt die ganze Suppe da in den Gang! Ist ja egal, das ist ja... Das will ich ja quasi! Achso! Na! Oh Gott, wieso! Kannst du auch nach links oder rechts machen! Ah, den hätte ich nur lenken können! Hm... Das war ja scheiße! Mann, ist das ein Darmdurchgang da? Der gräbt sich so einen Bogen, hab ich gedacht! Ja! Ich mein, ich könnte die Super jetzt vielleicht abfließen in den... In den Schacht! Wie geil er umdreht nach einem Meter! Ja! Dummer Maulwurf! Blöder Maulwurf! Ja, der hat ja gar nix drauf! Was macht ihr beide da? Heuer Brokeback Mountain? Ja! So! Ist der Bob Opsi dran! Boah! 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 Da geh ich gerne mit drauf! Aber ich geh nicht drauf! Oh! Aber der geht auch drauf! Oh, die Super bleibt noch im Hinterkopf! Wie viele Würme... Guten Tag! Sie wollten doch schon... Ja, der Joker ist ziemlich stark! Was ist das denn... I hab voll die Mukis... Ich würde erstmal sagen... Was mach ich denn? Man kann ja nichts! Los! Und jetzt schlagen! Schlag zu! Die Schnauze! hau dir deinen eigenen Bart weg das habe ich nicht ernst gemeint wenn ich zu nah gewesen wäre hättest mich selber umgenietet ne die Flammenfaust da musst du nah bei den Dragon Ball kannst du weiter wegstehen ach so das war was anderes oder von der anderen Seite du kannst mit Tabulator die Position wechsel das krabbt so lang bis du ihn findest aber jetzt gleich wenn du ihn findest krafts gar nicht beim Wasser war ich mir nicht sicher ob sie ihn runterspült das sind die Tore so sein ihr versucht man muss ne, geh zu mach ich so, holte Ecke so, boah, hr ich hab mir nicht ganz sicher die Suppe entfernt sich von dir dieser Joker ja, da, schieß doch, komm na komm, 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 komm mach zwei Wasserangriffe nach oben und du, Ani das wäre eine Idee die Frage ist, ob trinkt das was? fuck muss ich eh sowas machen hab ich schon Wasserangriff? ah, ja oder ein bisschen Luftangriff wäre auch ne Idee da so ein bisschen hinsetzen ein bisschen Luftangriff ein bisschen Liebe ein bisschen Luftangriff boah, der macht Schaden ein bisschen Luftangriff zusammen sind wir stark jetzt keiner Schritt nach rechts let's go mit Tabulator zange fuck plums der plumsack geht um piu 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 da warst du noch drei wo ist eigentlich der andere mit dem brutal vielen HP ah, der links drüben ist Frittenfred den habe ich auch schon gesucht wo ist denn der? ah, da unten nein, 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 ganz cool äh, uncool abrutschen, abrutschen, abrutschen Ficker nicht ich du ach ja das muss man selber machen, wenn's gut werden muss ja tu es was mach ich denn? guck, guck da oben was ist denn das? ich hob da ein bisschen Suppe für dich hoffentlich, hoffentlich für dich auch hui alter geiler Tod das war schön danke doch nicht alles auf einmal austrinken ja ja, und auf Frittenfetter unten, ne, stimmt ja das könnte gut kommen go, 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 go er ist eh als nächstes dran weg damit, weg damit, weg damit ja, uah das war ja mal spät eingefallen hab schon drauf gewartet den übersieht man so leicht da unten, bei seinem Fisch bei seinem Fischgeruch unten so, jetzt ist wieder fühlst du dich schlecht, versuchst du nicht ja, last, worum bist du denn nicht ich fühl mich schlecht so mit meinen 5 HP ging mir schon mal besser was wird denn das? ich seile mich ab ich lass mal einen ab ich seile einen ab oh je das war's dann wohl darf ich noch einen anrufen Telefonjoker verwenden ich bin da ok runter, 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 mit dir, runter, mit dir, runter ah, geklappt Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Na, 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 die Fernergriffe, das sind nichts so, wie hab das gesagt, das macht Schaden, das Ding ja, aber nur wenn's runterrollt da wird's nicht rollen können ja, da war's erstmal aufm Kopf äh mein Gott, das ist lächerlich haha 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 bescheuert wie lustig das aussieht ja, eben guck die nicht 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 aber r naja, guter Fisch, der hat nicht eingesperrt gar nicht so schlecht platziert heißt also, ich kann ihn wegschubsen naja, r dann ist nach Hause telefonieren im bound jetzt voll auf der Fischzimmern los So ist die Krabbelbombe. So lame. Überlebe ich die? Ja. Mach 30 Schaden, glaube ich. So, wie kann jetzt den Wurm da eliminieren? Diese Tunnelgänge da. 120 Leben hat er da drüben. Das gibt es doch nicht. Du könntest dich natürlich auch teleportieren. Ja, genau. Na, genau. Ja, ja. Bevor die bösen Fernangriffe kommen. Kann ich mich da nur bewegen? Na, kann ich nicht mal hinschauen. Willi. Es war leider nichts gescheites in der Kiste drin. War noch Dynamie. In Wirklichkeit war es jetzt voll die Riesenang. Ja. Ja, betont. Die alte Oma. Die alte Oma kenne ich leider nicht. Gibt es ja noch eine heilige Granate. Ja. Hat die Halleluja-Granate. Halleluja. Ist auch cool. Oh Gott. Ach komm, mach spannend. Mach da selber spannend. Läuft dich selber weg. Ich weiß nicht, was wir gesagt haben mit Runde 3 und gewinnen. Tschüss, Quillie. Jetzt wäre der Schutzschild geil gewesen. Ja. Ich habe überlegt, oben im Bunker Schutzschild zu benutzen. Aber so langweilig. Wäre interessant, ob dann irgendeine Bombe abprallt. Na, gratuliere, Joker. Gratuliere. Gratuliere. Machen wir noch eine Runde? Ja. Oh, ne, mach ich nur. Passt gut. Na, passt. Na, dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.